Yo, was glaubt ihr, euer Fraveshades hier und zwar heute mal wieder mit etwas sehr speziellem und zwar wird es 1700 Abonnenten Verlosungsspecial geben, das heißt ihr könnt wieder etwas gewinnen und zwar was ihr gewinnen könnt sind dreimal 20 Euro PSN Gutscheine und wie ihr die kriegt erzähle ich euch jetzt. Auf jeden Fall müsst ihr ein Abonnent sein und dann müsst ihr ein paar Sachen erledigen, das heißt zum Beispiel jetzt in diesem Video müsst ihr unten drunter schreiben, warum ihr ganz genau gewinnen wollt und was mich überzeugt. Ihr müsst irgendwie etwas rüberbringen, warum ich euch wählen sollte, damit ihr die 20 Euro PSN kriegt. Es sollte etwas sinnvolles sein und nicht so kindisches oder so Zeugs halt. Einfach nur bitte sinnvoll bleiben, keine Hatten, keine Hater und so Zeugs drum dran. Ich hätte auch ein Beschädigungsvideo machen von dem jungen Mädchen, egal was, der wo gewonnen hat. Er wird dann euch bestätigen, dass es auch real war, was ich hier abziehe. So Leute, was auch noch eine Möglichkeit ist, hier an die Code zu kommen ist, ihr kommentiert in meine Videos und und und. Liked sie, weil durch die Statistiken von YouTube kann ich sehen, wer innerhalb einer Woche am meisten kommentiert hat, am meisten hilfsbereit war, wer am meisten geliked hat und und und. Dazu könnt ihr einfach ja genau liken, kommentieren, euren Freunden einfach teilen und dann unten in die Kommentare, zum Beispiel jemand hat geschrieben, nehmen wir mal ein Beispiel, Jungs, ich komme nicht weiter, könnt ihr mir helfen. Dann anstatt, dass ich da rein schreite, schreitet ihr jetzt zum Beispiel ein. Das wäre zum Beispiel etwas Positives. Und dann kommt es auch darauf an, ob ihr chillig seid oder ob ihr so richtig aggressiv seid. Einfach nur irgendwie ganz easy paar Sachen, Meldungen machen und und und. Also dass ihr einfach hilfsbereit seid, das sehe ich dann durch meine Statistiken und dann werde ich die Leute, die die Gutscheine gewonnen haben, werde ich dann alle in einem Video erwähnen und das wird dann am Samstagabend stattfinden und die werde ich dann persönlich nochmal die Codes übergeben. Das heißt dann entweder per YouTube, per PSN, einfach adden. Falls es PSN wäre, wäre es eigentlich sehr super, weil ich könnte ihnen dann das so persönlich überreichen. Das heißt dann im Game, wir würden dann auch kleines Video machen, eventuell so Drag Races und und und. Auf jeden Fall Leute, das war es dann eigentlich auch schon über das Abonnenten-Special. Ihr könntet auch theoretisch hier in meine anderen Videos reinschnuppern. Da gibt es unter anderem einen Charakter-Glitch, wie ihr von einem Weibler zu einem Männlein umtauschen könnt oder von einem Weibler zu einem Männlein. Also ist eigentlich ganz geil. Oder zum Beispiel die AP, Tricks, Glitches und und und, wie euer Auto unsichtbar werden kann und und und, Leute. Das war es dann eigentlich auch schon von mir und ich würde mich freuen, wenn sehr viele Leute mitmachen würden. Also dann Leute, haut rein, euer Frapes HD.